Freunde, es wird wieder Zeit für ein legendäres Video auf diesem Kana... Intro, geil Intro, Digga. Bruder, ich hab doch heute schon genug Arsch gegeben, ja? Ey Bro, schneid das raus. Ey Bro, schneid das raus. Bro, du hast drin gelassen, ne? Du hast drin gelassen. Ja, danke Bro, danke, danke, danke. Bitteschön. Ja Leute, was geht, was geht, Banana Gang? Wie ihr im Titel schon lesen könnt, ich fake meine Videos. Aber nicht irgendwelche Videos, sondern nur dieses Video hier, denn ich habe mir gedacht, ich möchte mal was testen und mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe einen meiner besten Freunde angeschrieben, einen wirklichen Bro, weil ich einen Komplizen gebraucht habe. Ich musste natürlich so tun, als würde ich heute ein Video faken wollen. Ja, und das war der jung, brutal, gutaussehende Odoman. Aber zuerst musste ich seine Loyalität testen. Ey Bruder, ich sitze gerade im Bett, es ist 6.54 Uhr und ich habe mich gefragt, ey, würdest du für mich sterben? Sei mal ehrlich, Digga. Du bist so geistig behindert, Digga. Safe nicht, geh mal weg. Ich würde nicht mal für mich selbst sterben. Sei du ehrlich, bist du? Würdest du, Digga, du kleiner Hund? Nicht mal einen Millimeter meinen Fuß würde ich bewegen. Ja gut, ganz klar, das hat natürlich nicht geklappt, aber ich habe nicht nachgelassen. Na ey, andere Sache, Bruder. Jetzt mal Real Talk. Ich wollte gerne ein Video faken, aber ich brauche deine Hilfe. Hast du Bock, mir zu helfen? Also würdest du mir helfen? Wenn du schon so fragst wie davor, dann safe nein, Digga. Safe nein. Aber ich brauche nur ein bisschen deine Hilfe. Also nur ein bisschen fakey, fakey machen. Nein, mache ich nicht. Ich bin ein, ähm, ich bin kein Fake-Youtuber. Dorot. Aber da seht ihr, Odoman ist wirklich ein Ehrenmann. Er wollte erst nicht mitmachen. Ich musste ihn ein bisschen überzeugen, weil ihr wisst ja, Brüder halten zusammen. So, Brüder halten zusammen. Und dann hat er das hier gesagt. Was willst du denn machen? Sag erst, was du machen willst und dann können wir gucken, wie sehr fake das ist. Weißt du, wie ich meine? Abi, warte, das ist nicht dieses fakey, fakey wie diese anderen YouTuber. Nur ein bisschen so Intro, wo wir ein bisschen Jokes machen und so. Also nicht dieses fakey, 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 fakey. Nur ein bisschen fakey, fakey. Dann sag doch erst mal, was du Jadak? Um was geht's? Er sagt fakey, fakey, intro, fakey, fakey. Fakey, fakey, dich in die A... Ja, wie ihr hören könnt, äh... Ist das ein bisschen in die Hose gegangen. Aber daraufhin habe ich das hier gesagt. Bruder, Vertrauen mir wird lustig, okay? Ich küsse dein Herz. Danke, dass du für mich da bist. Wallah. Ich kann nicht mehr. Und jetzt brauche ich einen Plan, wie ich mein Video fake. Ich muss mir was richtig Cooles einfallen lassen. Lass auf jeden Fall ein Like da, abonnier den Kanal und trag meinen Creator-Code Brexis-Y-Themen-Item-Shop ein. Und ja, jetzt müssen wir ohne Manu noch einladen und das Video faken. Es wird todeslustig. Schau bis zum Schluss. Danke. Starte, klatschen. Aufnahme, Start. Aufnahme, Start. Warte. Warte, du. So, ich klatsche. Okay, danke, 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 danke. Okay, wir machen jetzt auf den Ich hör dir zu, du singst und du singst für mich und ich hör dir zu, was du singst und dann mach ich das Intro, okay? Also, mach irgendwas. Ich sing, also sing einfach, okay? Okay, los geht's. Warte, drei, zwei, eins, let's go. I'm a Barbie girl in a Barbie girl in a Barbie girl in a plastic Ich bin in a plastic Braxie lutscht mein Kopf und dann gucken... Damit, was geht, was geht, Badala-Gang? Heute machen wir was richtig cooles zusammen mit Odoman, deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss an. Odoman, willst du was sagen? Leute, tragt alle den Creator-Code Braxis-Y-T ein. Hast du auch so Muskeln wie der Fisch, seien wir ehrlich? Normal. Soll ich zeigen? Halt die Bizeps, Bro, ich sag dir... Wir spielen jetzt Fortnite, okay? Und ich verlose 10.000 V-Bucks. Was hältst du davon? Finde ich gut, wenn du das verlost, ja. Kein Spaß, Bruder, ich verlose sowieso nicht, du weißt. Cut, cut, ich verlose nicht. Also, ich sage, ich verlose, aber ich werde niemanden geben. Okay, wo landen wir? Wo du willst. Okay, wir landen... Nee, besser als du. Okay, wir landen... Wir landen ein bisschen aushalt. Wir landen ein bisschen aushalt. Ich würde sagen... So, auf entspannt, sagst du? Genau, auf entspannt landen wir... Ich habe keine Ahnung, wo sollen wir landen? Wir landen... Frenzy Fields, Tom. Das ist doch nicht entspannt! Tom, Entschuldigung, wir gehen... Steam is the Springs... Ja, okay, da ist es entspannt. Komm. Wir gehen hier in Ecke. Okay. Da ist nicht entspannt, aber wir gehen da in Ecke, okay? Okay. Wo ich markiert habe. Ich nehme dich beim Wort. Okay. Im Wort. Ein Wort. Drei Worts. Den Wort. Der Wort ist ein Wort. Kannst du mal aufhören zu husten? 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 Kannst du mal aufhören, dein Maul zu husten? Kannst du mal aufhören bei mir nachts morgen? Kannst du mal aufhören? Okay, guck mal, da landet nur ein Wussach, Digga. Was für... Zwei, was, wenn die uns jetzt aufhören zu husten anzunehmen? Okay, vier, vier. Ich habe eine Pumpgun, und du? Ich habe zwei Pumpguns. Warum spielen wir eigentlich gegen da? Weil wir sind doch im Team. Hä? Okay, warten, warten. Warum pissen wir uns? Warum hast du die RP nicht mitgenommen? Ey, au! Piss dich! Warte, genau! Ey, ich habe nicht, ich habe nicht, ich habe nicht. Okay, okay. Drei, zwei, eins, los, los. Ey, bleib stehen! Ey, geh mal weg, Junge! Ey, ich habe dich nicht überfahren. Was machst du da allein? Ach, kurz, warte, bebrannt, Freund. Ey, bleib stehen! Geh weg! Ach, du kleiner Haupt, du bist so ein... Seine Schauspielkünste sind die besten, Alter. Kleiner Wish, Digga, du kleiner. Scheiße, Scheiße, Digga. Fahra, wir gehen jetzt, Leute, bechbeln. Okay, wir gehen rein, Jens. Ich bin tot, ich bin tot. Über uns, über uns, ich bin tot. Wo, über dir? Ich bin doch nicht tot. Er kommt jetzt, er kommt jetzt, Abi. Wo, wo? Er kommt, er kommt, warte, ich gehe mich kurz. Er war über mir. Pass auf. Er kommt mir. Diesen Stärkheitsbier. Was war er? Du hast das für gemacht? Ich habe nichts gemacht. Das war ich nicht, das war er. Er kommt, er kommt, er kommt. Nein, er kommt, er kommt, er kommt, Abi. Nerde. Er soll kommen. Wo, so, wo? Doch nicht, ich glaube, er ist über uns. Ich bin über ihm. Wo? Hier ist keiner. Er muss hier auf... Hä? Was war das? Er schießt, er schießt. Digga, mein Schild. Ich muss kurz laden, mein Laden. Ich bin auseinander. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Er ist tot. Sehr schön, sehr schön, du kleiner. Oh. Hier ist noch einer, hier ist noch einer, Abi. Wo, 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 wo? Komm, komm, komm zu mir. Vertrieb, Patrou. Was ist Patrou? Vertrau. Hier ist noch einer, Bruder. Hier ist noch einer. Pass auf. Hier irgendwo. Ich nehm ihn, ich nehm ihn. In der Nähe. Er ist hier, guck mal, er ist... Oh mein Gott, er ist tot. Ey, Abi! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. 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 Ich hab ihn. Oh mein Gott, du bist ein Macher. Ey, du warst die beste Banane, die ich mal kannte. Du was? Ja. Jetzt gibt es bessere, Bruder. Oha. Warte, bitte. Guck mal, wir haben... Guck mal, bevor du jetzt was machst, wir... Du und jetzt mal hier die Waffe nehmen, okay? Hä? Was nehm' wir? Nein, geht das? Hä? Bevor du jetzt was machst, wir... Du und jetzt mal hier die Waffe nehmen, okay? Ey, Digga, du bist so dumm wie Scheiße, Allah! Ey, ich darf? Ey, es macht gar keinen Spaß mit diesem Spiel, ich schwöre dir die ganze Zeit. Ich dachte, wir können beides nehmen. Ja gut, ich habe den Jungen echt zum Ausrasten gebracht. Woher, Abi, woher? Wegen dein scheiß Kamaguchi! Oh, er ist ein Loser. Nur wegen mir, Bro. Ohne mich hättest du ihn niemals gekillt. Ah, cut, cut. Ich muss doch noch sagen, dass ich V-Bucks verlose. Okay, was? 3-2. Und keiner kriegt sie. Sag ehrlich, will ich jetzt Spasti? Das ist so hässlich, Digga. Aber du unterstützt das, sag ich dir ehrlich. Ich unterstütze gar nichts. Hä? Aber wenn ich falle, fällst du auch, Digga. Stopp, 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 stopp. Was laberst du? Ich sag, Odomann hat... Zieh mich mal nicht mit, du Hund! Ich sag, Odomann hat gesagt, mach! Ich hab gar... Du bist du kleiner Hund! Ich hab gar nichts gesagt, gar nichts. Egal, Marta. Das ist eine Art, 90% der YouTuber machen das. Ist doch egal. Achso, Freunde. Schaut das Video um. Bist du auch lachen? Der Junge, Digga. Ich schwör. Ey, der macht mich kaputt. Ich schwör. Danke für deine Unterstützung, Bruder. Cut, cut, cut. 3, 2, 1. Achso, Freunde. Wir verlosen gemeinsam 10.000. Ich hab gar nie gesagt, ey. Du verlost selber, Junge. Junge, sag doch gemeinsam. Ist doch egal. Das ist gleich, ob du oder ich. Nein, ich sag nicht gemeinsam. Du machst selber. Sag, ich verlost. Nur ich. Okay, okay. Cut, cut. Hast du mich bestanden? Okay. Okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, Freunde. Ich verlose, äh, alleine, ne? Okay, nochmal, nochmal, nochmal. 3, 2, 1. Okay, Freunde. Ich verlose heute in diesem Video 10.000 V-Bucks. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, folgt Odoman und mir auf YouTube. Ganz einfach. Easy peasy. Was denn? Warum jetzt mir aber abonnieren? Ja, machst du nicht mit bei diesen Dings? Nein. Du machst selber. Okay, chill nochmal, Junge. Okay. Okay, okay. Warum? Hier ist er da. Ich hab ihm geholfen. 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 Boah. Boah, Maschine. Boah, Maschine. Ey, lass mich jetzt mal wechseln. Ja, mach jetzt. Ja. Okay, 3, 2, 1. Let's go. Okay, Freunde. Ich verlose heute 10.000 V-Bucks. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, äh, schreibt einen Kommentar unten in die Kommentare. Äh, folgt mir und Odoman auf Instagram. Und, ja, easy peasy. Warum geht's schon wieder? Ich wollte unbedingt dieses Fake-Gewinnspiel ihm in die Schuhe schieben. Aber daran erkennt ihr, dass Odoman ein Ehrenmann ist. Dass er seine Zuschauer nicht verarscht. Und das schätze ich an Odoman. Das solltet ihr auch an ihn schätzen. Deswegen checkt ihn auf jeden Fall ab, der Arme. Er muss von mir so richtig leiden, Alter. Hab ich da nicht. Ich will dir nur helfen. Okay. Ja, okay, okay. Sollen wir auch folgen. Was? Vielleicht verlose ich wirklich, wenn ich das Para habe. Chill noch mal ein bisschen. Okay, mach nochmal. Okay, okay. Nein, nein, Leute. Ich verlose keine 10.000 V-Bucks. Ich wollte ihn damit nur auf die Nerven gehen. Und in den A hier reingehen. Oder er macht Kamera mehr. Oder er macht Kamera mehr. Oder er macht Kamera mehr. Auf wem macht Kamera mehr? Dann Kamera mehr. Wir sind die Besten. Der Besten. Wenn wir cruisen. Wenn wir allen. Ich geh auch hoch. Er aufbauen meine ich. Wo ist der? Wo ist der? Der kommt, der kommt, der ist oben. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Nein, ich. Leute. Wir haben 10 Kills geschafft. Es gibt 5.000 V-Bucks auf Odomans Kanal. Und 5.000 auf meinem Kanal. Ganz easy. Was laberst du? Ja, warum denn nicht, Bruder? Ich verstehe das Problem nicht. Nein. Es gibt 10.000 auf deinem Kanal. Hä? Digga. Warum ist der Gegner? Braxis, komm. Braxis, komm. Bitte, Bruder. Er ist 1 HP. Hast du trinken? Hol mich. Ich schwöre. Der hat auch trinken vor dir. Trink und hol mich. Adi Allah. Schnell, schnell, schnell. DMK7, bitte. Das ist meine. Das ist meine. Bitte meine. Das ist meine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich geb dir auf. Nein, nein. Ich fühl dich. Ich fühl dich. Hä? Hä? Bist du los? Ich schwöre, ich hab... Du hast gebaitet. Ich schwör. Mala, wenn ich nochmal mit dir fortnehe. Ich bin ein Hund. Du hast gebaitet. Ich soll jetzt der größte Hund sein, Digga. Bro, du hast gebaitet. Warum liegt die da jetzt? Warum... Okay, halt die Augen auf, ja? Mach mal Augen auf. Ja, ich hab die Augen auf. Mach auf. Mach wieder zu. Nein, auf uns. Ich hab echt gemacht. Hahaha. Nein. Aber deswegen gewinnen wir jetzt. Weißt du, was ich meine? Weil wir sind halt Freunde. Okay. Da, ich hab ihn gesehen. Bro. Guck mal. Mach ihn low. Mach ihn low. Mach ihn low. Jetzt geht's low. Nein! Er ist tot. Er ist tot. Nein, ist er nicht. Nochmal. Warte. Lass mich 24 Sekunden aufladen. Okay, warte. Ich mach Tango. Dance Tango mit mir. Dance Tango den ganzen Tag. Jetzt lass auf. Ja, 14 Sekunden noch. 14 Sekunden noch. 15 Sekunden noch. Bruah. Ich kann ihn spitzacken. Nein. Guck mal der Arme, der schießt auf dir irgendwas. sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Attackeee! Whoa. Wir sind einfach die Machines. Wir sind die Machines. Wir gehen rein in die Lobby. Wieso? Warum nicht? Achso, okay. Ich will mich bedanken und jetzt Opening machen. Okay, mach doch. Willst du dabei sein oder willst du nicht dabei sein? Egal, ich mach später. Kannst du wohl jetzt Opening machen, mir egal. Du machst gut. Okay, also willst du... Also... Kannst du keine 10.000 auf deinem Kaffee machen? Hey, das war mein erster Win mit dir. Ja, und direkt... Du hast doch gesehen, wie gut wir sind. Okay. Leute, wir haben die 10 Kills geschafft. Odoman hat mir dabei geholfen. Odoman Ehrenmann, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Vergesst nicht, ihr könnt 10.000 V-Bucks gewinnen, aber jetzt machen wir erstmal das Ding auf. Aber hey, wo kriege ich jetzt auch meine Bezahlung? Du weißt, du hast gesagt, für das Video, ich kriege Geld. Ja, du kriegst auch Geld. Du weißt, wir faken eh immer alle Videos von da. Wir faken nie was! Okay, warte, Cut. Die 10.000 V-Bucks sind echt, ne? Okay, weiter geht's. 3, 2, 1. Ja, Leute. Wenn ihr die 10.000 V-Bucks haben wollt, dann folgt mir und Odoman auf Instagram. Die sind hier verlinkt. Und dann verlosen wir die zusammen. Und ja, haut rein, ciao. Wir verlosen nicht natürlich die V-Bucks, aber wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt auf jeden Fall meinen Bruder Odoman ab. Geht auf seinen Kanal unter das letzte Video und schreibt rein, Ehrenmann. Weil er war nicht dazu bereit, die Videos zu faken und wollte sich die ganze Zeit distanzieren. Ich hab ihn dazu gebracht, beziehungsweise dazu ein bisschen verleitet. Aber er ist ein absoluter Ehrenmann. Er liebt seine Community. Er liebt euch. Er liebt die Banana Gang. Checkt Odoman ab. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und ich hab ein richtig krasses Video geplant. Das kommt jetzt demnächst. Deswegen aktiviert alle die Glocke. Denn du kannst was gewinnen. Und es ist was richtig Cooles. Ich kann leider noch nicht so viel verraten. Deswegen verpass es nicht. Und jetzt haut rein. Ciao. Na okay, das war scheiße. Haut rein. Ciao. Hey, Grinch-Bexels! Du bist mein Lieblings-YouTuber. Bitte! Hey, ich kann es gerade nicht glauben, was?